Liebe Leute, ich finde, dass jedes Lebewesen auf dem Planeten Erde ein Recht auf Leben hat. Wir Menschen sollten das respektieren. Und falls es Fälle gibt, wo das Recht auf Leben nicht respektiert wird, dann finde ich es sehr gut, dass es einen Tierschutzanwalt gibt, der die Stimme für die stummen Tiere unterstützen kann. Darum wählt am 7. März Ja! Danke vielmals! Danke vielmals!